Al de Mh Hd TV toll HeiLeute Hier ist der Al de Mh zurück mit Halo Reach it's Vl. Oh shit das fängt er gut an Oh scheiße das fängt er gut an Steig ein Junge, schnell häng fest Steig ein, Soldat! Tut mir das nicht an! Jetzt! Jetzt! Ja! Feuer frei! Ich bin jetzt gleich tot. Ich seh's schon. Wo ist die andere? Wo ist unsere Unterstützung? Oh! Der ist sie doch. Endlich. Vorwärts, Cut! Oh, jetzt sind die ausgestiegen. Boah, die KI ist ja aber... Die KI hat aber... Jetzt ist sie aber wirklich am Rad, ey. Sehr schön. Kann ich auch schießen? Komm, ich probiere das mal aus. Müsste eigentlich auch gehen. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich dran. Los, farbig! Yeah, genau! So, machen wir hier mal kurz einen Prozess. Hä, 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 hä. Oh, shit! Oh, shit! So viel zum Thema... ...andere fahren. Warte, warte! Fahr da nicht rein! Oh, je. Wir müssen die anderen abholen. Ich weiß ja nicht, wo die ist. Die müssen wir jetzt unbedingt mal abholen, hier. Jetzt ist sie da. Die ist gespawnt. Jetzt ist sie noch weiter vorne. Jetzt bin ich verwirrt. Mach's weg, ey. Du Grunt! Oh, shit. Ich rufel da hinzu. Oh, ho, 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 das gibt's doch nicht! Willkommen bei Halo! Los, suchen wir einen Generator und setz. Ich will ihn an das MG setzen. Komm, steck ein. So ist gut. Da ist sie doch. Jetzt ist sie endlich da. Guck mal, wie schön das Blut auch jetzt aussieht und so. Genau so muss es sein. Ach, es sind beide drauf. Sehr schön. So muss es sein. Ja, das Ding ist für mich getroffen. Da fliegt sie so weg. Was war das Auto? Ja, das sieht so viel besser aus jetzt. Ich muss das Auto unbedingt capturen. Oh, hallo! Ah, sehr schön. Komm her, mein Freund! Moment. Ach, das ist das denn für ein Zwei-Sitzer in die Kirche noch? Gar nicht. Guck mal, da sind die den Monitor unten. Wie cool ist das denn? Steig einen voll ein. Ach so, es... Es gibt doch schon noch Kommandos. Jetzt gehen wir jetzt mal aktivieren. Ist der Soldat down? Oh nein, Jeffrey. Wir waren gute Freunde. Wir haben uns geliebt. Heimlich. Die Zukunft. Wir bleiben auf jeden Fall bei... Oh Gott. Ich kann mich ducken. Jetzt geht's auf einmal. Jetzt kann ich mich ducken. Warum geht's denn jetzt auf einmal? Das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Oh yeah. Oh yeah. Alter, diese Echsen, ne? Ich beeile mich doch schon! Haben die das Ding wieder eingenommen? Schafft 6. Die Funkanlage läuft. Mindestsicherheitsabstand, ja. Ne, da ist Kapp drin, sehr gut. Ich komme, ich komme. Will nicht fahren, oder? Schade. Das ganze Ding kann man super im Koop spielen. Also, das wird wahrscheinlich das beste Koop-Spiel ever. Ich hab Cut umgefahren. Na toll. Hallo, mein So... Mein Sohn, wollte ich sagen. Mein Soldat. Hallo, mein Soldat. Guck mal, überall bleiben die Leichen liegen. So muss das sein. Ja? Ich verstehe nicht, warum in Spielen die Leichen immer verschwinden müssen. Sie lösen sich mysteriös in den Boden auf. Langweilig. Die müssen liegen bleiben. Ja? Immer. So, sie fährt da mit. Wir fahren hier mit. Oh! Oh! Was da drauf ist. Also, sie will auch direkt mit. Na gut. Dann lassen wir das da stehen. Allianz-Technik. Bleh! Nur wenn es sein muss. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.... Achtung, Noble. Allianz-Corvette geht in Position. Cat, 6. Komm schnell her. Wir treffen uns Drinnen. Oh, shit. Oh, shit. Knallt sie ab! Shit! Nicht gut. Na, Gott sei Dank. Ich fahr jetzt. Ich hab durchgeschossen. Boah, guck mal, überall Trümmer, Leichen. So muss das sein. Ich glaube, du schaffst das schon, KI. Ich glaube an dich. Wir stecken im Turmatrium fest. Kat, wo seid ihr? Wir öffnen gerade das Tor. Fahr los, Kat. Los! Dann fahr ich halt alleine. Das gibt's doch nicht. Meine Güte! Simi muss die spielen. Äh, den behalten wir erstmal, oder? Ne. Oh, ich liebe es, in so'n Haufen Grunts reinzuballern. Gibt nix besteres. Ah, wo jetzt hier? Alles gesichert. Oh, ich bin schrotten, Kat. Meine Güte. Das ist ja. Also, ich bin schrotten, Kat. Ich bin schrotten, Kat. Ich bin schrotten, Kat. Oh, ich bin schrotten. Und jetzt ist das jetzt. Ich bin schrotten, Kat. Ach ja. Oh shit, die sind überhaupt nicht gut. Eigentlich... Das bringt gegen die nix. Über Löcher, geil. Soll ich hier oben weiterkämpfen, oder? Oh, Schrotflinken! Soviel dazu. Soviel dazu. Dieser Prendin wird ein Gras sein. Nicht gut. Wir machen hier keinen guten Fortschritt. Oh, Scheiße. Das ist doch... Ich wusste doch, dass hier eins liegt. Das brauche ich gar nicht. Ich glaub, Kopfschießen war doch gut, oder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, sorry. Oh, sorry. Ach, da war die Stelle. Ach, da war die Stelle. Platz nicht einsammeln, na toll. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Hahaha. Okay, alles klar. Ich kämpfe euch erstmal hinten durch den Gang und mache die hinteren erstmal Platz. Schlag mich jetzt bitte nicht. Dankeschön. Na toll. Vorher, wo soll ich nicht nachgeladen habe. Man hört... Das Problem ist... Das ist auch sehr bekannt. Man merkt nicht, dass der Sound... Man hört... Alles... Alles Sound irgendwie gleich laut. Man hört diese Schlacht im Laufe, ne? Und sie ist halt so laut, dass sie alles übertönt. Willkommen. Alter, Manni. Muss man die Energiewaffen probieren. Damit fahre ich immer besser. Er sieht mich von hier aus nicht. Das ist das Gute. Ja. Ich werde angegriffen. Ich bin geschützt. Ziel anvisiert. Boah. Ja. Das können wir vergessen. Verlagere die Stärken. Scheine hinaus. Ja. Genau, Kate. Oh, Gott sei Dank. Die sind zu übel. Guck mal, wie die aussehen, wie so Krebse, ne? Guck mal, das sind nur so Wabbelheads. Jawohl, ich komme. Ich musste meine Gegner noch auslachen. Die haben mich die ganze Zeit ausgelacht. Kat bleibt hier, sehr gut. Die Korvette gibt sich echt Mühe. Willkommen bei der Kerstin. Bei der Kerstin wird nur 2.0. Das wird 2.0 aber. Oh, oh. Allianz abschauen. Oh, shit. Boah, das ist Jun. Entschuldigung. Oh, die hatten wir heute noch nicht. Guck mal, wie cool die Schüsse jetzt aussehen. Richtig schön blau. Uh, da geht der Grund. Da geht der Grund. Boah, die haben auch alle Namen. Das ist schön blau, das Blut. Oh oh. Guck mal vor, Jorgi. Die Corvette macht Kleinhuts aus der Basis, Lagebericht nobel. Ich schaff's nicht allein, ich brauche noch einen Spartan hier oben. Sechs, geh ins oberste Geschoss und hilf am hiel. Wir haben Kontakt. Haha, na endlich. Oh, tschuldigung, es sind ja die einen. Augen auf, wir haben Feinde. Was ist denn hier passiert? Guck mal, jetzt senkt der Sound wieder nach. Manchmal, wenn man schießt, kommt der Sound erst später. Aber ich will das Spiel unbedingt spielen, ich warte jetzt nicht auf irgendwelche Updates. Oh oh. Komm, Jorgi. Hahaha. Das ist so cool. Nein, das hab ich nicht gehört. Oh oh. Schnell irgendwo heilen. Ich bin bei in Spartan. Oh man, hier sind aber jetzt noch einige gestorben. Die Kai ist auf jeden Fall mega hohl. Also, das ist krass. Bei Halo 1 und 2 hab ich das nicht so krass schlecht gesehen. Alter. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass der Typ das aus nächster Nähe abschießt. Ach toll. Ich glaub, ich keil den zuerst ab. Deswegen sind auch nicht so viele Tote. Die explodieren einfach alle. Ach du Scheiße. Die funktionieren gut. Die, die Allianzlar. Super KI. Guck mal, er schießt da oft nicht drauf. Er geht einfach. Weiter hoch, Nobel 6. Granate. Achtung. Oh Gott sei Dank. Endlich hat ihn dann abgeknallt. Gut gemacht. Wer war's? Jun. Kommander, noch eine Salbe von der Korrette übersteht die Basis nicht. Banschies ausschalten. Na morgen, Lieutenant. Die Low-Souls müssen in die Luft. Endlich. Banschi in Anruf. Sanitator. Granaten sind bei denen echt am besten. Shit, haben wir irgendwo einen Raketenwerfer? Siehste, ich wusste es. Oh yeah. Oh yeah. Alle tot? Nein, ich wusste... Oh. Immer das gleiche bei mir. Okay. Leute, ich muss hier mal ein Safe machen. Ich bin schon viel zu lang dran. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Halo Reach. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020